Ein Auto, wie Sie es sich wünschen. Auto Union DKW Junior. Großraumkarosserie. Jeder hat seinen bequemen Platz. Ein echter Viersitzer. Viele Annehmlichkeiten für die Fahrt. Griffiges Tiefnabenlenkrad, Benzinuhr. Anlage für Heizung und Belüftung. Körpergerechte Kontursitze. Stoßelastisches und reflexfreies Armaturenbrett. All das gehört zur serienmäßigen Ausstattung dieses Wagens. Und so ruhig liegt er auf der Straße. Vierganggetriebe, selbstverständlich vollsynchronisiert. 92%ige Vollverglasung. Dadurch unbehinderte Sicht nach allen Seiten. Sie sehen alles, was um Sie herum vorgeht. Und hier der Ferienkofferraum. Der hat es in sich. Sehen Sie selbst. Damit können Sie getrost für einige Wochen verreisen. Keine Entfernung ist ihm zu weit. Kein Berg zu steil. Keine Kurve zu scharf. Keine Straße zu glatt. Und er bremst millimetergenau. DKW Junior, der Schlüssel zu Ihrem Glück. Ja.